Alle herzlichste Glückwünsche zum 75. Geburtstag für den SCT GLAVORST. Ein toller Verein, ein tolles Vereinsleben und natürlich hervorragende sportliche Erlebnisse, Ergebnisse in den letzten Jahren. Es ist wirklich sehr bemerkenswert, dass ein Verein so lange hält und ich jedes Jahr immer neue Athleten dazukommen. Das ist sehr schön. Nicht viele Vereine in Deutschland haben so ein Zusammengehörigkeitsgefühl wie wir. So viele Leute, die ich unterwegs auf dem Grenzstreifen beim Training sehe, in Berlin auf dem Training sehe. Man ist unter Freunden, unter alten Freunden, man ist unter Sportlern. Das ist einfach ein total tolles Gefühl. Ich liebe das, vor allem zur Weihnachtszeit und wir haben alle einfach eine gute Zeit. Für die nächsten 75 Jahre wünschen wir, dass der Verein so weitermacht, noch mehr Kinder vom Sport überzeugt und noch mehr Talente fördert. … … … Bis zum nächsten Mal.